Hallo und herzlich willkommen Und heute zu einem sehr traurigen Ereignis Ich würde sagen, ich werde ein Video machen für die Trauer, die wir ausstrahlen Denn ich habe leider meld bekommen, dass es sehr trauriges passiert ist Und zwar, Ikusan ist gestorben Wer Ikusan war, schaut den Part Nummer 5 an Ein kleines Hühnchen, das uns allen Freunde bereitet hat Ach ja Wenn ihr auch traurig seid, dass er tot ist, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Ikusan ist tot Es tut mir sehr leid und weh, dass sie wieder Explosion war, also ich bin tot, oder was weiß ich was Denn mein Creeper war da und hat alles in die Luft gesprengt Sie verarschen mich doch alle Und wo noch alles da Ikusan 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 Aber jetzt einen Scheiß hat er gemacht Was ist das denn ernst? Alter Der kommt zu Ärger von mir Wirklich Das ist doch nicht dein Ernst Das ist nicht dein Ernst Das ist der Boah, Alter Der kommt zu Ärger von mir Was ist so ein Bauer? Das ist Mensch, ne warst du natürlich weg Nein, nein, ich glaube ich Alter, was ist das? Baumann ist das? Er hat gesagt, der baut mir mein Haus wieder auf Alter Das ist mein Club auch geputzt Super Alter Das ist mein Club auch geputzt So, das ist wieder mein Club und so Alter, das ist so ein Ah, da kann ich mich aufregen wegen dem Wirklich Er sagt mir, ja, ich hab's Haus gebaut Was hat er gar nix? Ja, ich bau's vielleicht mal Mach's jetzt Lernsthaft Ich werde immer mich gedreutert, du schon so Das ist mir auch recht egal Ich bin einfach nur leicht Ich hab's ganz leicht angepasst Nur ganz leicht, das merkt ihr sicher Ich freu mich schon Da mein Haus kaputt ist Okay, das ist nichts passiert zum Glück Aber trotzdem ist es doch dumm So, jetzt, ähm Alter, kann dir nicht aufpassen mit der Creeper, Alter Das find ich jetzt echt dumm Aber egal, wir sind ja Freunde jetzt alle so miteinander und Spielt weiter Wir haben Hunger Jetzt sagen wir können mal Was können wir alles aus dem hier machen? Hm, aus Sugar 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 Ja, Sugar Cane Kuchen Das können wir nicht, das können wir auch nicht Was ganz leichtes vielleicht Alter, als leichtes gesagt Das hier Kann ich das essen, ne? Couple White Stone Nee, kann ich das nicht essen Man kann weißen Ding machen Couple White Stone Also kann man echt nix machen Ei, hätte ich Milch Nee, okay, hab ich Spaß alles nicht Ich versteh das jetzt Quartmann Die Zukunft Nacht Beginn, aber ich kann ja noch nicht schlafen Dudiko Ja, die Tür これce werden und fängt auch noch leid also ich habe kein Leben mehr das ist irgendwie ein bisschen blöde die Nacht ist immer noch nicht da also krieg mal raus hol mir hier meine Zuckerstangen Alter, dieses Loch hier, das kann er flicken er hat mir auch gesagt, dass es noch das ist dein Ernst und er mit seinem riesen Haus, der echt klopft auf das ist ein Bauer, wirklich aber was, ich glaube, ich baue auch ein bisschen im Haus weiter aber das ist doof hier denn ich will es hier hin haben so haben wir jetzt ein bisschen Holz so, 44 Holz und jetzt können wir hier nach oben auch ein bisschen bauen Platz zum Leben haben hat man hier echt, also wenn welche sagen, Alter, dein Haus viel zu klein, mach mal neues nein, 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 nicht bis erst jetzt vielleicht später mal, aber im Moment nicht ich komme jetzt da nach oben ah, was muss ich mal die Dominik du so, ich hab's gemacht hier, okay ähm, ja klar, drei Stück wie nachts ist es schon ja ja, immer noch nicht ganz, aber ich glaube, ich kann schon schlacken immer noch nicht ja, okay ähm so Bäume sind hier vorne schon kann ich mir gut abholzen jetzt hab ich mir erstmal hier noch das brauchen wir nicht mehr für den Rest, glaube ich, mach ich aber eher Glas Scheiben, ne? also die Etage wahrscheinlich nicht, aber andere dann hier kann ich erstmal zubauen mit Dirt so, jetzt ist man hier auch sicher dann kann ich das ja weghauen wieso ist Ikusan hier gestorben das wundert mich jetzt ein bisschen der hat mir auf Skype geschrieben egal ähm, ja, jetzt ist heute Nacht sein schauen wir mal auf die Uhr jetzt mittel letztes Nacht, genau kein Monster in der Nähe das ist natürlich auch sehr beruhigend so, jetzt gehen wir mal hier hoch ein Schwert haben wir alles dabei man hört ein verreckendes Skelett wo auch immer ich hoffe nicht zu meinem Haus jetzt sag ich immer nach oben und schau mal dass ich da alles seh gibt's hier manchen in der Nähe gut, da würde ich vorschlagen wir brauchen Essen müssen da ein bisschen was machen und vielleicht noch Sammeln mit dann kann ich hier noch das Zeug reinpacken das, schau mal kein, das bräuchte ich das bräuchte ich gerade nicht und wir haben Stein also wir brauchen jetzt Stein Essen und Holz und sagt, genau wo war die Viecher nochmal da hinten direkt durch den Klopper der Höhle in der Nähe alter Wer hat hier so einen Wald gebaut ich mein, hab ich nicht das Gegend, aber da komm ich nicht durch ach stimmt, das war Niki live im ersten Fall ne, im zweiten der zweite glaub ich keine Ahnung so 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 sind wir schon mehr als ein Stack Holzgelanker gut die Musik nicht sehr gut die Mühle ich brauche ich hier da bin ab und zwei Hähnchen der Konferenz Sauer kommt zusammen mit der Entfernung eine Einheit komm ja komm schon Oh sehr lieb sehr echt lieb und du ja ist nichts passiert mein Kleines, sind nur deine Eltern schon gehen wir mal weiter und wie sagen nehmen wir das Schwert in die Hand und so 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 Stein brauchen wir auch ein bisschen ich hoffe nur, dass mich jetzt kein Viech überrascht auch wenn schon und hier kann ich mein ganzes sichtige Zeit geheim gelassen eine schöne Höhle geht's da weiter anscheinend wisst ihr zufällig ob man hier auch XP in Fläschchen sammeln kann das wäre geil wenn ihr es mir schreiben könnt jetzt bitte in die Kommentare wenn ihr es so willst so hier ist geht's hier nicht weiter tatsächlich hier ist noch Kohle das kommt mir auch nicht eine reine Kohlehülle eine reine Kohlehülle und und jetzt 30 Stück ist mir jetzt egal ob es noch 1 2 oder nicht und wie der Krusel Sound in meinen Klopfen wird ganz ganz lustig hier k 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 die muss er machen so so ist übertrieben egal Moin Bäume und Schaufel und Uhrzeit brauche ich kurz ok ist immer noch sehr tagig tagig das neue das neue Adjektiv du bist tagig alles ist tagig wie jeder tagig ich sag schau auch mal zu Cliff hoch ich sag dir nicht wie sich hier die Bäume pflanzt einfach so aus Baum ich bin hier der Baumeister und wenn du nicht weißt was man sagen soll wenn ich überlegt und sagt du wie so hast du das getan dann sag wein überlege ewig und sag Baum Alter what the heck was also ich mach nicht nur so wie ich das so denk Kiste darf ich nicht reinschauen Baum ok ich mach nicht nur das so ich ne ich darf nur das ich darf nur das Spiel was ich aufnehme mh mh so ist das hey jetzt brauche ich noch Sand sie sah Sand 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 ich bin am Strand zu tun hier Sand denn der Sand ist nicht verbrannt doch ich verbrenne ihn voll krass und daraus kommt Glas und ach du scheiße ich kann nicht singen auch meine Gedichte klingen scheiße auf eine schöne Art und Weise und auch meine Wissen so Stauernpick-Obs macht dies jetzt hier wie ich das ist ja eine Schweinerei hier diese Skype-Nachricht bitt mich auch ich will das noch schon aber nicht soll ich nicht aus ich weiß das nicht ich weiß das nicht oh das haut dich doch mal biges du bist und dieser Eingang hier sieht so aus als ob ich es gebaut hätte oh da ist da ja hallo guten Tag hallo 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 nix hier nix wohnen mann wohnen stoff n n da n 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 da sind sie ja n n n n n n h wird hart. Okay, ich kann das Fleisch essen. Ich bin nicht für Hunger. Es hat jetzt drei gegeben. Nein, bin ich. Ich habe jetzt wieder meine. 3 kann noch 1 so. Ja, ist da gut. Ja, ja, ja. Ja, ich habe doch schon high geschrieben. Geh zu bei mir rein. Eno. Höh. Jo. Toll antworten. Äh, ja. Ja, eine, da eine. Damit man hier schön einen Blick hat. Ich tue hier mal wieder den Block hier hin. Das ist mein Block. Nimmst du auf? Jo, sieht so aus. Du etwa nicht. Okay. Mach jetzt dann aber Cut. Cut. So. Ja, das mache ich gleich, aber ich lasse mir Zeit. Oh. Das sind meine Dirt-Blöcke. Gib sie mir. Alter, das ist so bescheuert. Sicher noch. Egal. Dirt-Blöcke. Oh. Ich war schon so bescheuert wie Ikosan. Nein, Ikosan war nicht bescheuert. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich hier runter. Beende den Part. Das ist auch schon. Tschüss. Das ist.